Auf der Übersichtsseite wählen Sie das Symbol Angebote. Im oberen Feld ist die Überschrift für alle Ihre Angebote, zum Beispiel unsere Angebote, Sale, unsere Specials und so weiter. Im nächsten Feld werden allgemeine Bedingungen aufgeführt, zum Beispiel Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und so weiter. Diese Felder beziehen sich auf alle Angebote und können bei Bedarf jederzeit geändert werden. Mit dem Button Neues Angebot erscheint die Eingabemaske. Hier wird zunächst im Feld Titel das Angebot benannt. Im darunterliegenden Feld erfolgt die Beschreibung. Hier stehen die Formatierungswerkzeuge Fettschrift, Kursiv und Aufzählung zur Verfügung. Die Eingabe eines Preiszusatzes und des Preises sind optional. Im folgenden Feld haben Besitzer einer Citymap Homepage die Möglichkeit, das Angebot auch automatisch auf ihrer Homepage abzubilden. Die Eingabe des Start- und Enddatums, also der Zeitraum der Gültigkeit ist Voraussetzung für die Veröffentlichung. Sie können das Angebot auch gleich für mehrere Zeiträume im Voraus eintragen. Als nächstes können Sie ein quadratisches Bild zum Angebot einfügen. Mit dem Editor wählen Sie den Bildbereich aus. Abschließend Speichern nicht vergessen. Zusätzlich lässt sich noch ein PDF-Dokument zum Download einfügen. Zum Beispiel ein Produktprospekt, eine Bedienungsanleitung, ein Werbeflyer etc. Auch hier abschließend Speicher nicht vergessen. Damit ist das Angebot komplett. Nach dem Ablauf des Angebotszeitraums stoppt die Veröffentlichung automatisch. Das Angebot bleibt jedoch in der Datenbank erhalten. Abschließend veröffentlichen Sie das Angebot mit dem grünen Flammen-Symbol rechts oben. Nun steht Ihnen die Vorschau zur Verfügung. In der Übersicht finden Sie alle genutzten Marktplatzelemente. Die Abbildung Ihres Angebots beinhaltet neben Ihrer Unternehmenskurzbeschreibung die Angebotsabbildung, den Angebotstext und den Kartenausschnitt Ihres Standortes. Interessenten können Ihr Angebot ausdrucken oder es sich via QR-Code als elektronischen Einkaufszettel auf Smartphone übertragen. So erscheinen Ihre Angebote auf den Citymap-Marktplätzen. Sie können übrigens beliebig viele Angebote veröffentlichen. Je mehr, je besser. Auch ist es möglich, Ihre Angebote auf weiteren Homepages oder Portalen zu veröffentlichen. Den notwendigen Link oder QR-Code stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Citymap – erfolgreich im Internet. Lokal, regional, international.